Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Baby! So, wir versuchen das jetzt nochmal hier. Das kann's doch nicht sein, ey. Ah, es kann doch nicht angehen, dass ich das hier nicht hinkriege. Also, komm jetzt, komm, komm! Ich muss sie ausschalten! Zack, zack, peng! Nein! Nein! Das ist keine Übung! So, warte! Ich bin ihm doch aber ausgewischen hier, Mann, ja! So! Alter! Wir stehen hier! Unfair von dir, unfair! Ja! Komm, der läuft noch! Aber ich mach einfach keine Punkte! Ich mach einfach keine Punkte! Hier, komm! Das kann doch gar nicht hier! So, komm her! Vor mir! Das habt ihr geübt! Das ist unglaublich! Aha! Ja! Hetzt wohl gerne, ha! Nein! Nein! Ich mag das nicht, wenn du das tust! Na, na, na! Ah, hier! Puh! Jetzt hätte ich bei einem Combo verloren! So, warte mal, warte mal! Was können wir noch? Den hier! Oh, das gibt's doch nicht! Direkt wieder! Zweimal was eingesteckt hier! So, was machen wir jetzt noch? Den hier! Zack! Und tschüss! Komm! Hallo! Gott! Ich habe den Combo wieder verloren hier! Den hier! Komm! Schnappe dir! Halt still! Kämpf dir einmal! Okay! Und Spidey gewinnt Silber bei den Olympischen Psychospielen! 46.000! Ich komme immer so um den Dreh rum auf... 46, vielleicht 52 oder mal 54.000! Einmal haben wir es geschafft mit 59.919! So, hier, zack, bumm, peng, pong! Das gibt's doch nicht hier! Komm her! Nein! Nein! Verprügelt mich! Verprügelt mich! Ist okay! Schießt auf mich! Verprügelt mich! Los! Hau drauf! Aua! Das war enttäuschen! Ja, ach, komm! Jetzt kommt der wieder an hier mit... Das war enttäuschen! Gott, da bin ich enttäuscht! Ja, ist okay! Ist okay! Ist okay! Ist okay! Ist voll okay, ja! Hä? Warte! Nein, warte! So! Nein! Nein! Aha! Aktiviert, aktiviert! Wow! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Hepp! Hepp! Und drun! Jawoll! Ist okay! Vorsicht! Wir werden weniger! Ey, ist auch okay! Zack! Komm! Weiter! Nein! So! Haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Da oben! Warte! So! Ah! Ah! Das gibt's auch nicht hier! Komm! Leben gleich wieder aufheilen! So! So! Was machen wir jetzt? Äh! Den hier! Ja, ich versuch's! Okay! Nein! Das gibt's doch nicht hier! Ich will mal gucken, wie viele Punkte ich krieg, wenn mein Leben wieder einigermaßen hochgeheilt ist! Zack, zack! Jetzt gleich direkt zu dir hoch! Oder auch nicht! So, jetzt aber! So! Und! Mein Leben ist, glaube ich, fast voll! Ziemlich gut! Aber bei meiner Arbeit reicht ziemlich gut nicht! Das ist gut zu wissen! Restgesundheitsbonus bei 5.948! 480! Weil, das heißt, ich kann mich heilen, um da den vollen Bonus zu kriegen! Aber jetzt natürlich hier wieder für einen Kampfbonus nicht so... Ich komm! Ich muss sie ausschalten! So, hier! Zack! Und... Zack! Nein! 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 Nein. 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 Ich weiß, ich sag ganz häufig nein. Äh... Netzbombe. So, zu dir hoch. Und gleich wieder rumfassend. Angriff! Na, wo ist der Nächste? Jawoll! Jawoll! Und... Jawoll! So, warte. Drohnen für euch, meine Damen und Herren. Direkt hoch. Fahren wir noch einen. Fahren wir noch einen. Wo ist der? 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 Und? Und? Unglaublich. Unglaublich. Die Folgen hier. Das ist unglaublich schlecht. Grottig. Höllig. Schlimm. Höllig. Höllisch. Mit Isch am Schluss. Ich hab keine Ahnung, wie man das schreibt, aber mit Isch am Schluss. Ich muss sie ausschalten. Nein! Ich vergesse immer, dass der gleich zuhauen kann. Dann können wir mal hier. Ich bin bereit für dich! Nein! Wir werden immer weniger! Äh, hier, den hier! Nein! Nein! Ja! 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 Komm! Zack, zack! Boom, boom, bang! Zack, zack! Nein! Nein! Ah, 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 ah! Äh... Puh! Äh, hier! Komm, mach nur ein paar mehr! Und tschüss! Okay! 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 Netzbombe! Und... Den her auch gleich! Läuft! 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 Schaltet ihn aus! Aha! Äh, den hier! Jawoll! Jawoll! Oh, ja! Ich bin... Ja! Ja! Oh! Gut, hab ich meine Pairs hochgehoben, weil mein Controller eingeschickt ist! Uhuhuhuhu! Yay! Uhuh! 68.416! Leck mich! Nice! Nice! So, hier! Zack! Zack! Zack, zack, zack! Sag mal... Hehehehe! Hehehehe! So, direkt auf die Karte gucken! Yeah! Nächste Herausforderung! So, das heißt, hier haben wir jetzt auch alles! Bis auf das eine Gesperrte und die 2x5, die gesperrt sind! Ja, Mann! Ja, Mann! So, dann haben wir hier noch die Klopperei hier oben! Da gehen wir jetzt hin! Das war falsch! Schnellreise! Ganz viele Greise auf zu einer Schnellreise! Mhm! Gibt überhaupt keinen Sinn! Aber manchmal muss das sein! Sinnloses Geplapper vor allem bei mir! Aha! So! Ah! So, komm, 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 komm! Und... Halt, halt! Zu weit! Zu weit! Spal... 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 Dankeschön! So! Also, hier, die Brügelei, die wird da unten... die wird da unten stattfinden! Ich bin eigentlich ganz guter Dinge jetzt! Weil, so langsam kommt der Flow wieder zurück! Hi Flow! Und, äh, ja, das, äh, ja! Ich muss die Söhne aushalten, schnell. Ich hab doch hier... Nein. Zack, boom. Ah, okay. Darum hat das nicht geklappt. Warte. Okay, toll. Au. Aha, ich hab dich. So, wo ist der Nächste? Da hinten. Da sitzen sie alle drei zusammen hier. Feiert schön hier. Lümmelparty oder wie? Zack, boom. Krach, boom. So, dann erstmal hier den hier. Viel Spaß. Nein. So, warte, warte. Den hier. Den hier. Komm. Ich bin aber ausgewichen, Mann. Ich bin sowas von ausgewichen. Ja, gerade, ja. Ja, bin ich. Problem. Zack. Das war für gar nix. Wenn man mit Irren zu tun hat, kann man nicht immer auf den Stil achten. 54.000. Ist für den Anfang... Ich hab das vergessen, dass da die großen Grobiane noch rumrennen. Da kann ich mich ja nicht darauf zuziehen, um ihm eine zu kloppen. Und visiert er auch gleich den an. Der sollte den ersten anvisieren hier. Ich sollte den Kerl lieber retten. Zack. Der ist schon dabei. Komm. So, erstmal ein paar Drohnen setzen hier. Oder sowas. Den hier. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Oh, mein Kombo ist natürlich wieder flöten. Hallo. Nein. Nein. Warte. Drohnen. Drohnen, drohnen, drohnen. Ich muss den schon drohen hier. Gut. Netz. Okay, läuft, 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 läuft. Zu den Beinen da oben. Jawohl. Und zack. Na, jetzt aber, komm. Alter Verwalter. 72.000. 0,51 Punkte. Yay. Ey, das läuft in dieser Runde. Was geht? Das ist wirklich noch mein Let's Play. Würde ich gerade nicht so scheiße aussehen, würde ich mich jetzt einblenden. Okay. Nein, warum habe ich... Nein, halt. Nein, halt. Nein, nein, will ich gar nicht. Nein, nein, das will ich gar nicht. Nein. Ich habe es geschafft, oder? Ich habe... Ich habe... Ich muss sie schnell erledigen. Oh, muss ich das Ganze jetzt nochmal tun, oder wie? Okay, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Wir wissen jetzt, wie es geht. So, hier. Zack, zack, zack. Wo sind die Nächsten? Wo sind die Nächsten? Da hinten. Komm, wo ist wieder weg? Aber ist okay. Ist okay. Alles okay. So, jetzt schnell, 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 schnell. Nächsten. Halt still! Kämpfe mir ein Mann! Rüppel! Aua! Hier! Ja! Hat sich! Ähm... Die fallen um, wie die fliegen! Nein! Was war das denn? Aua! Jetzt krieg ich es wieder nicht mehr hin! So! Ich wollte keine Fronin, ich wollte das hier machen! Nein, das... Das bringt gar keine Punkte! 65.000! Ich habe immerhin die 65 gepa... Aber mein Rekord waren 72.000... 0,1, 100, 51. Yay! So, jetzt haben wir noch... Hier noch eine Prügel-Mission. Und ich würde sagen, nach der Prügel-Mission... Oh, da brauche ich 70.000 für. Nach der Prügel-Aktion da hinten... Machen wir dann, glaube ich mal... Erstmal mit der Hauptmission weiter. Die gibt da schließlich auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Die... Die... 3.000. Ich habe... 2.106... Und bräuchte 4.600. Das heißt, dann steigen wir wieder in der Stufe hoch. Yay! Ähm... So, ich würde aber sagen, hier, komm... Schnellreiseverfahren! Verfahren... Verfahren? Hi! Hi. Ich check gerade mein Insta-Account, ja. Das will ich löschen. So, okay. Und da sind wir auch schon. Äh. Äh. Hier wird wahrscheinlich nicht viel mit irgendwo hochhangeln oder so. Ein Spider-Man im Busch gefangen. Hilfe! Wer war das? Wer hat das gesagt? Es gibt gleich Drescher hier. So. Diese Herausforderung, echt. Aber wir kommen voran. Warte. Zack. Und hepp. Oh, von wo kam das denn jetzt? Und hepp. Warte. Drohnen, Drohnen. Aua. Der ist da oben. Den hole ich mir. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Hallo. Das ist auch richtig so. Dauer. Na los, kommt schon. So. Haben wir den nächsten hier? Nein Ach, komm, hierzu Oh, das war's schon Ah, das war's schon Boah 57.000 beim ersten Versuch Ist, glaub ich, gar nicht so übel Könnte besser sein, aber ist, glaub ich, gar nicht so übel Ich muss sie ausschalten Warte, Netzbombe So, warte Drohnen So Nein Jetzt hat er mich doch erwischt Nein So Und Und zu dir Wo ist er? Da oben Knapp noch den Kombo gehalten Ich bin getroffen In Deckung Ah, Kombo verloren Toll Aha Aha, nein, 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 nein Aua Nein Ich kann so nicht kämpfen Weißt du was, hier Jetzt reicht's Aua So, das war gar nix hier Das war mal gar nix Einen halben Punkt hab ich wohl bei der Landung verloren Halben Punkt, sagt er So, also, ähm, es ist, es ist sehr anstrengend Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend Ich muss die Söhne aufhalten, schnell So Aufpassen, der da oben schießt gleich Sagt er und hat's wieder nicht hingekriegt Erstmal den hier oben weglaufen Hier, gib mal auf Nerv So, Drohnen Aha Aha Aua Nein So, komm Ja, ich denk ganz hart an deine Ausbildung gerade Aua Äh, zack, 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 zack Zack, 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 zack Wo ist denn der? Ah, wo ist er? Warum kann ich ihn denn nicht? Oh, Mann, ey Also, hier steht echt alles im Weg Okay War gar nix Nah an der Perfektion Für die 70.000 zu erreichen, war das gar nix Da muss man sich echt auf jeden Kampf neu einstellen Echt auf jeden Kampf neu einstellen Aber es tut mir leid, ich weiß, ich halte ziemlich häufig die Klappe, währenddem ich kämpfe Aber es ist halt so eine hohe Konzentrationssache So, und jetzt machen wir den hier So, direkt den da oben, zack Kannst du den da schenken Der kann es bestimmt brauchen So Aha 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 Nein Warte Warte Der letzte ist da hinten Gegenwo Da Okay Kambo war für nix Leben Gut, aber ich kann es besser 65.000 Oh Wenn es jetzt nur 65.000 hätte ich es geschafft Ich muss noch schneller werden Ich habe zwar 57.000 alleine hier Bei der Geschwindigkeit gemacht Aber das geht noch schneller, ich weiß es Das geht noch schneller Ich werde jetzt mal am Anfang was versuchen Und zwar mit Elektrizität Ich muss sie schnell erledigen So, und zwar war das der hier Zack Okay, geil Zack 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 Oh oh Konko aufrechterhalten So So Drohnen, Drohnen, Drohnen Aha Oh oh Aha So Tolla. Aha, okay. Ist noch nicht der letzte. Mist. Okay. Das war schnell. Fast großartig. Das drucke ich mir auf eine Visitenkarte. Aber nicht schnell genug. Ich habe es sogar länger gebraucht jetzt. Oh, ist das anstrengend. Das ist zu anstrengend. Ich wünschte, den Modus gibt es nicht. Aber ist okay. Ist okay. Ich kriege auch das rein. Ich kriege auch das rein. Ich weiß es. Ich muss sie schnell erledigen. Da oben. Hol die Monster. Schaltet ihn aus. Nein. Fang du. Okay. Das war nicht gut. Wie zum Teufel. Nimm das. Ja. Das gebe ich dann direkt deinem Freund. Oder auch nicht. Ich bin bereit für dich. Na. Okay. Okay, warte mal. Den hier. Den hier. Und jetzt machen wir noch den hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Na, na. Ich bin so neurotisch. Ich bin so neurotisch. Selbst für ein Verbrecher will ich perfekt sein. Ich habe wieder viel zu lange gebraucht. Ich habe wieder viel zu lange gebraucht. Eine kleine Runde schaffen wir noch. in dieser Folge. Falsches Spiel. So, warte. Warte. Aua. Ja, das war nicht gut. So, hier. Bein den. So. Bein den. So, komm. So, da. Falsches. Wieder eine Netzbombe gekriegt. Ah. Okay, cool. Und Spidey gewinnt Silber bei den Olympischen Psychospielen. Die Restgesundheit. Das wäre nochmal 2000 gewesen. Aber es hat auch nicht gereicht. Ich muss das... Es muss doch... Es muss doch... Aha, warte mal. Ich habe... Ich habe mir da was überlegt. Bin ich zwar nicht unverwundbar dann, aber... Ähm... Wir können bei den Anzügen hier die... Modus... Ähm... Auf den hier ändern. Teilen wir großen Schaden aus. Aber die fliegen dann alle weg. Das kann sich in der Wellen schädlicher, ätherischer Energie von irgendwo her. Was wiederum heißt... Sie alle schneller fertig gemacht werden, oder? Ja, er braucht nicht viele Schläge. Wir versuchen die mal. Ich muss sie ausschalten. Ja, ich weiß. So. Okay, das hat schon sehr gut geklappt hier. Ja. So. So, warte. Da sind die Nächsten. So. Den prügel ich so. Kaputt. Gehen wir zu dem. Den prügeln wir so. Kaputt. Dann der hier. Und dann zu dem. Warte. Bin gerade noch so ausgewichen. Uhuhu. Komm, 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 komm. Jawohl. 3100. Ziemlich gut. Aber meine Arbeit reicht ziemlich gut nicht. Ah, scheiße, ist das schwierig. Oh, die Folge. So, äh, ja, dann, äh, da bedanke ich mich. Da danke ich mich. Da danke ich ab. Ich bedanke mich ganz herzlich, äh, dass ihr dabei wart, hoffentlich. Ich weiß, die Folgen sind sehr langweilig geworden. Diese Herausforderungen machen mich kaputt. Aber ich will das Spiel zu 100%. Auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, ich habe den Schwierigkeitsgrad. Ja, ich glaube, ja, 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 ja. So, 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 soweit ich mich erinnern kann, habe ich den Schwierigsten Schwierigkeitsgrad genommen. Gut, in dem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gebt euch wohl. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.